So, jetzt aber flott und ich muss mal, ich kann nicht aufhören. Oh, ich hätte es nicht anfangen sollen. Und hallo und herzlich willkommen, da ist die Mauer. Ah! Ah, nein! Gott sei Dank. Ja, jetzt hier nicht noch eine Stunde warten. Sag mal, seid ihr bekloppt? Ja, Vogel? Hier waren wir! Ich bin hier drin rumspazieren gegangen. Ah, Mann, ey! Wo sind... Ich habe mir vergessen, besser zu kaufen. Ich wollte auch noch zum Verkäufer. Erstmal... Ja, setz ihn ein! Ja, mach! Mach, Spieler! Sei doof! Denn freuen wir uns! Willen fällt es rund, der Arschloch. Es gibt hier einen Bediensteten. Ach, da. Ah, da ist auch eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Da bin ich dann vorbei. Hallo, Herr Diener. Ich bin ein Streamer. Ah, ich brauche nichts essen. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Scherpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstanden. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Gut. Lass uns gehen. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Versuch im Schatten zu bleiben. Guck mal, jetzt kriegt man richtig schönen Tipps. Was man bedenken soll. Hast du die Schreie gehört? Das bringt fast nach Geistern. Man sagt, im Kerker soll es spucken. Da unten geht etwas vor, das nicht recht ist. Ja! Ich habe ein Messer gekriegt. Cool. Oh, wo soll ich denn jetzt lang gehen? Hier vielleicht? Nee, geht nicht. Deine Stunde ist gekommen. Mama. Mama. Ah, geh da rauf. Geh da rauf. Oh, ist das nervig. Hier oben lang. Hier oben, hier oben, hier oben. Ah, du Böse. Du Böse. Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ hin? Ich sehe hier gar nichts. Ach, da. Das sind die Unterkünfte. Wasif's Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Ich weiß nicht, wo der ist. Ach, der steht da. Was zum... Geht er jetzt weiter? Ich weiß nicht, was das soll. Da vorne kann ich ja nicht lang gehen. Geh doch runter! Ja, ich drücke auf die Tasten, dass er... Das Ding da macht, aber macht er nicht. Was soll das? Ja, sorry. Tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier falsch mache. Ich sehe es nicht. Ach, das ist doch wohl ein Kleckerkriegelkram, Mistdreckverdammter Fußnagelpilzbett hier. Ich bin nicht ein Tzadik. Kümmer dich um deinen Kram. Und zwar schnell. So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib versteckt. Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen. Und du musst selbst einen Weg finden. Oh! Ah! Das passt ja. Wo geht er denn nun lang? Da unten. Hier oben können wir ja schon. Ich weiß nur nicht, warum du da stehen geblieben bist. Das erschließt sich mir immer noch nicht. Nein! Hör auf mit dem Scheiß! Ich muss mich doch orientieren. Da hinten sollen wir hin. Jetzt muss ich mal gucken. Wie kann ich am besten... Hm. Von da nicht. Wir gucken mal. Wir gehen mal zurück. Ich dachte, das geht da noch weiter. Jetzt steht er da. Wo soll man denn hier lang? Soll ich den riesen Umweg nehmen? Das kann doch nicht sein, ne? Komme ich da überhaupt rüber? Nee. Hier unten drunter? Hier unten kommt man runter. Kann man da irgendwo durch? Hm. Weißt du, wie lange unser Dienstraum dauert? Schon zu lang. Endlich. Diese Tür führt dich zu, Vassil. Ich muss wieder zurück. Ich will mit dir reden. Ich merke ich mir. Mag sein. Aber es gefällt mir nicht. Ja. Was zum... Ist er weg? Er scheint weg zu sein, ne? Der da hat einen Schlüssel. Das Bisch hier. Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch. Der Griff ist noch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten. Nicht du. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrennen tiefer. War das Bisch hier? Wir kommen aber nicht weiter, ne? Hier kann ich nur looten. Was ist denn jetzt los? Ach, das ist los. Ich dachte, ich muss ja zu dem Typen laufen. Bisschen seltsam, ne? Das ist ein bisschen durcheinander hier, ne? Ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Aber warte mal, jetzt werde ich mal eine andere Rüstung nehmen. Jetzt muss ich, glaube ich, nicht mehr leise sein, ne? Das sind Freunde. Der Aufseher. Hä? Ich höre jetzt wieder, wie die Glocken klingen. Da hinten. Da oben kann man irgendwie rein? Vor allen Dingen, ach, das ist denn so blöd. Und dann hängt er da wirklich wie so'n Honk. Also, wie soll man sagen? Hänge Honk. Was ist das hier? Oh, was ist denn das hier? Aha. Hier kann ich denn von oben rein? Okay. Wo ist denn der Aufseher mit dem Schlüssel? Ich trau mich ein Kino nicht... Ja. Siehst du? Ein Kino ist nicht verfügbar. Ich... Das ist... Irgendwie... Ich weiß auch nicht. Geht die Tür auf? Geh schneller. Das macht keinen Sinn für mich. Ja. Ach, hier kann man ja nicht hoch. Das war der richtige Weg, ne? Das war der richtige Weg. Hier ist ja auch noch eine Tür. Was haben wir denn hier? Hier waren wir doch drin. Hier haben wir doch gelootet. Hier kann ich hoch. Na? So viel Zeit muss sein. Siehst du, das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Nein, bleib doch einfach da. Jetzt geht er. Das ist ein dämlicher Dreckmist. Ich höre hier aber, sehe hier immer noch keinen Aufseher. Da kommt er hoch. Guck. Jetzt geht er nicht hoch. Möge Allah dir gnädig sein. Einen Moment. Da kann ich hoch. Nu los! Nicht noch, erst eine mathematische Neuberechnung. Das dauert immer zu lange, ne? Ich hab ihn immer noch nicht. Jetzt kommt der hier wieder her. Wir bleiben hier mal. Das ist außerhalb. Da ist eine Truhe. Aufblick! Was denn? Ich sollte die Attentäter-Dings nehmen. Wozu haben wir die ganzen Scheiße? Ich suche mir erstmal ein lauschiges Plätzchen und gucke mal, ob ich hier noch ein bisschen was rangescannt kriege. Ich meine, Enkidu fliegt hier rum. Er kann nicht wegen eines Schützens hier rumfliegen, aber er fliegt hier rum, ne? Ich hab den Typen... Ich hab einen Typen mit einem Schlüssel gesehen. Oh, Vorsicht. Scheiße, da war er wieder. Hab ich nicht drauf geachtet. Sag nicht, der Schlüssel ist wieder von der Kette gefallen. Der Hauptmann bringt sich nicht die verloren haben. Wo ist der verfluchte Schlüssel? Der Schlüssel ist von der Kette gefallen. Wo ist denn dieser Scheiß-Schütze? Da hinten irgendwo, oder was? Nee, das bringt nichts. Was denn? Weißt du was? Was hältst du davon? Aber da kommt man tatsächlich nicht vorbei. Hier waren wir schon. Hier hab ich nicht schon rumgesch... Benstedt. So, irgendein Typ meint er. Ich... Jetzt steht hier... Ich soll Enkido rufen, aber... Das geht nicht, weil hier ist ein Schütze irgendwo. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Ich hab keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich alle umbringen hier. Tut mir leid. Liebe NPCs. So böse seid ihr ja gar nicht. Das weiß man ja. Das sind nur ein paar unverstandene... Wesen. So ein Idiot hier wieder. Ne? Geh rein hier. Mach ich denen alle? Dein Schicksal ist besiegelt. Ich weiß trotzdem nicht, wo der Schütze ist. Der Typ sucht mich jetzt. Ich weiß nicht, was hier Klingelingen macht. Die Truhe. Ich weiß nicht, wo der Schütze sein soll. Ja, das geht bloß nicht, Leute. Vielleicht hab ich auch wieder ihren Fehler. Ist ja nicht das erste Mal, ne? Sie haben getreten und dann sturmt er missmutig in seine Gemächer. Ich möchte heute Abend nicht seine Wache sein. Ich weiß es nicht. Es macht keinen Spaß, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das so vorstellen kann. Ich weiß nicht, wo der Schütze sein soll. Hier, Enkido geht nicht. Nee, das Spiel macht Fehler. In meinen Augen. Ich hab keinen Plan, wie ich an diese Scheiß... diesen Scheiß-Schlüssel kommen soll. Bist du das hier, der Typ? Aber der hat ja nicht dieses Symbol drüber, ne? Dass er so ein Vogel-Kundler ist. Deswegen dem da hinten. Soll ich da jetzt ganz hinten zurücklaufen, damit ich Enkido einsetzen kann? Hier kommt nicht mal mehr was. Guck mal hier. Jetzt, eine Stunde später. Ich sag doch, das ist kaputt. Ich hab bloß keine Lust, jetzt nochmal wieder neu anzufangen hier. Ich hab jetzt gedacht, wir schaffen das in der Folge, aber das kannst du vergessen. Es geht einfach nicht. Keine Chance. Und ich seh hier keinen. Ich hab hier keinen in der Nähe. Ist da oben einer drauf? Oh, ist das lästig. Das ist einer mit einem Waldhorn. Das sind doch nur Wachen. Der macht Feuer. Da komm ich doch nicht hin. Ist doch Blödsinn. Ich komm hier aus dem Bereich gar nicht mehr so ohne weiteres raus. Falls es der Typ da hinten ist, das weiß ich ja nicht. Ich spekulier ja hier nur. Oder das Spiel hat nicht mitbekommen, dass der schon lange weg ist. Ich hab keinen Plan hier. Das geht einfach nicht. Jetzt kam wieder Klingelingeling. Ja, für was? Um mir die Dicken hier zu zeigen? Da ist ein Schlüssel. Da hinten. Da hinten. Da drin. Wie komm ich denn da hin? Da muss ich ja tatsächlich wirklich ganz zurück. Oh, seid ihr bescheuert. Das macht doch keinen Spaß. Das macht... Nee. Das ist einfach nur Missionen in die Länge ziehen. Ja, leck mich. Sag doch, da ist irgendwo einer. Den ganzen Weg wieder zurück? Ich liebe diesen Teil der Stadt. Sag, was du willst. Über den Lärm und den Dreck. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier... Ich glaub, von hier sind wir gekommen, ne? Da ist der Typ. Den hab ich schon getötet. Den hatte ich gleich erledigt. Aber ist das ein dämlicher Dreckskram hier. Ich fass es nicht. Dann bring ich dich eben nochmal um. Geht jetzt Enkidu? Nein, der geht immer noch nicht. Hier sind keine. Wie man sieht, sind hier so ne Schützen nicht. Jetzt ist der Schlüssel da hinten. Da hinten drin. Da komm ich aber nicht hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Herrgott. Ja, mach die Scheiß... Den Scheiß-Text weg. Mach ihn einfach weg! Äh, Leute. Jetzt ist es viertel zehn. Jetzt geh ich nicht mehr runter. Wenn der da im Suff steht. Soll mal auf die Uhr gucken. Ja, dass Leute, die nicht arbeiten... Sämtliches Zeitgefühl vergessen, ne? Ich mein, ich muss morgen früh aufstehen. Ich wär sonst eigentlich... Ich geh nachher gleich ins Bett. Ich versteh sowas nicht. Die Gerüchteküche des Hobs bei der Arme... Das kann er vergessen jetzt hier. Ist ja schön, wenn sie ein Paket annehmen, aber dann nicht mehr um halb zehn hier noch klingeln. Ich hab alles dunkel. Ich will jetzt auch nicht mehr gestört werden. Wie gesagt... Guck, da läuft auch schon wieder einer rum. Den haben wir erledigt. Ich weiß nicht, wie ich da hinten hinkommen soll. Kommt man hier hinten irgendwo durch oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt ist hier auch wieder alles voll. Mit Gegnern. Die waren alle weg. Alle. Da war keiner mehr da. Jetzt lässt er wieder nicht los. Jetzt geht er hier wieder nicht runter. Hey, was soll das denn? Das war wieder typisch, ne? Aber das hab ich vorhin auch gemacht. Wo ist denn diese olle... Das olle Ding jetzt? Jetzt pingt es nicht mehr! Das ist doch wirklich verarschen hier. Ich hab aus Versehen falsch gedrückt. Guck, jetzt ist das weg mit dem Schlüssel. Ach, leck mich doch. Kriegt hier mal ein fehlerfreies Produkt hin? Nee. Überbewertet oder wat? Kann man hier rein? Aha. War klar. Oh. Ja, hör doch mal auf. Da ist der Aufseher. Wo ist der Aufseher? War das jetzt der Typ? Ich weiß es nicht. Der wird die ganze Zeit da umsonst lang gelaufen. Ja, hier wurden ja auch erst... Ich weiß nicht, hab ich den Schlüssel jetzt oder hab ich ihn nicht? Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Dann gehen wir mal wieder hin. Ich hab keine Ahnung. Ja, geh da rein. Ich hab da jetzt nicht wirklich nicht drauf geachtet. Ich hab da jetzt nicht wirklich nicht drauf geachtet. Ich weiß es nicht. Es wird nichts angezeigt hier. Die sind alle rot. Ja, das sehe ich auch. Ich töte einen. Da ist der Aufseher. Der ist aber nicht vor mir. Hier sind zwei. Jetzt kann Enkidu problemlos kundschaften. Ja, sorry. Das wurde nicht angezeigt. Die haben sonst so ein Vogelsymbol. So. Wir haben in die falsche Richtung gelaufen. Ganz einfach. Ich brauche deine Hilfe, Saddiki. Der hat den Schlüssel. Guck mal, ich bin da ganz hinten. Da ist der Aufseher. Echt, ey. Oh, oh, oh. Ist das eingefummelt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich wollte noch die Assassinen-Uniform anziehen, ne? Nein. Die da? Äh. Gegner gehören 50% weniger Geräusche, wenn Basim sich bewegt. Haben wir hier noch was Schönes? Haben wir hier noch was Schönes? Was sagt die Zeit? Ja. Tut mir leid, ich mache nächste Folge weiter. Tschüss. honeygebir alright besser. coule блок. Tschüss. Und dannorrfeuef單. Tschüss. Not. heftier. holders. Yay. ��로. Jaclyn. 멋있. лаг HER. Vielen Dank.